Einen Lücken los, gebe ich dir. Ein. Das darfst du aber nicht. Wie meinte, Amut, love, 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 aber sonst hast du hier, äh, hast du Unglück oder Pech? Das Wort, dass man sich danach küssen muss, ist nicht gefallen. Ich bin nicht jemand, der zu Option A rennt, sondern zu Option B rennt. Doch, bist du. Bruder, viel Spaß, du hast ein riesen Problem, mein Freund. Warum? Weil das ist ja nur dein Type, das ist getunt, Bruder. Oh, ist das ekelhaft. Das ist genau dein Type, weil die ist getunt. Hier bei X on the Beach nehme ich mir vor, eine Frau auch kennenzulernen, mich zu öffnen. Genau. Das heißt, ich finde sie gut und würde auch gerne mit dir reden, kennenlernen und gucken einfach. Das ist ja schon mal ehrlich. Wow. Please hold for a very important message. Halli, hallo, hallöle und willkommen zu einer neuen Folge X on the Beach. Ich bin Daniel, dein Lieblingsbroster mit Herz und ich heiße dich heute willkommen zu X on the Beach Folge 8. Ja, es ist brisant geendet, viele Probleme bei den jungen Leuten und heute wollen wir gerne weiter gucken. Wir wollen gerne wissen, wer wird sich vernichten, wer wird sich fertig machen, zerfetzen und so weiter. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Mich hat gerade etwas auf die Palme gebracht und ich versuche, mich hier gerade mit diesem Video ein bisschen runterzuholen. Es ist so eine Sache, die macht mich sauer einfach. Ich möchte nicht darüber reden, aber es macht mich sauer. Ja, und dann sehe ich so aus. Genau, ich habe heute wieder Friseurtag. Da wollen wir dann mal gucken, was wir hier mit meinem Herrscher machen. Genau, da ich so sauer bin, möchte ich gerne wieder mit einer Achtsamkeitskarte anfangen, um einfach nicht mehr so übersäuert zu sein. Was machst du, wenn du sauer wirst? Wie kriegst du dich wieder runter? Was sind deine Methoden, damit du nicht mehr sauer wirst? Let me know. Weil ich bin dann sauer. Und dann aber wiederum nehme ich meine Hunde in den Arm und denke mir so, ey, alles ist gut. Weißt du? So. Nimm den Kopf aus dem Sand. Schaue hinauf in den Himmel. Das ist heftig, wie diese Karte passt. Nimm den Kopf aus dem Sand. Steck den Kopf nicht in den Sand. Ich habe gerade gesagt, ich bin sauer. Heftig. Schaue hinauf in den Himmel. Das ist kein Himmel, das ist nur Betonwand. Was siehst du in diesem Augenblick? Weiß. Und ein Loch vom Handwerker, als er meine Lampe anbringen wollte und verfehlt hat. Ist der Himmel blau oder grau? Hell oder dunkel? Siehst du Flugzeuge oder Vögel? Schaue in den Himmel. Entweder im Freien oder aus dem Fenster. Und werde dir der Weite des Himmels bewusst. Zweit, ja. Nee, aber ich glaube, diese Übung ist dazu gut, dass wir einfach so sehen, wie klein wir sind. Und uns erscheint ja oft unser Problem quasi, oder unsere Probleme erscheinen uns als die größten. Und wenn du dir die Weite des Himmels ansiehst und was dort alles in der Weite zu sehen ist, merkst du, wie klein du bist. Ja, wie bedeutungslos du bist und wie scheiße dein Leben ist. Nein, aber ja. Willst du diese Karte haben, sag mal Bescheid. Dann schicke ich sie dir. Schreib es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Ex on the Beach, genau. Bevor es aber losgeht, machen wir nochmal ganz zwischendurch hier einmal den Kommentar des Tages. Und zwar zum Thema Reality Queens. Boah, Mutter und Tochter Büchner wie Zwillinge, als ob die geklont wurden. Die sind so anstrengend. Ich finde tatsächlich auch, die sind sich so ähnlich. Also ich frage mich halt immer so, ich habe bei der Tochter auch immer so das Wort auf den Lippen Brut. Und denke mir immer so, wie kann deine Brut genau so sein wie du? Also wirklich, die sind sich halt identisch. Von der Art her, so dieses zickige, sind die für mich genau gleich. So, und das finde ich halt voll heftig. Und dann würde ich mich halt fragen, ob das der Mutter imponiert, dass die Tochter so ist wie sie. Das würde mich wirklich interessieren. Naja, falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden möchtest. Tritt dieser wundervollen, wundervollen, schlecht gelauten Community bei und werde ein Teil von uns. Vergiss nicht, vergiss nicht, dieses Video zu kommentieren. Lass uns wissen, was du denkst. Sei kein schneller Zuschauer. Teile dieses Video mit Leuten, die Schnuffelhasen werden sollen. Und teile mich auch auf allen Plattformen. In deiner Story oder so, ich fühle mich immer sehr, sehr gewertschätzt. Und ich bin jetzt gerade sehr, sehr schlecht gelaunt, deswegen würde ich mich umso mehr freuen. Und jetzt geht's los. Du wolltest reden? Gestern ja, heute nicht mehr. Was wolltest du denn gestern reden? Kannst du diesen Menschen bitte einfach einmal in Ruhe lassen? Was bist du für ein Peiniger? Ich mein's wirklich ernst, warum willst du, dass sie so sehr leidet? Lass sie doch einfach mal in Ruhe. Du bist nicht der richtige Mensch, der mit ihr reden sollte. Lass es. Ich wollte einfach, dass du mir jetzt eine klare Ansage gibst. Hab ich nicht gemacht? Nein. Ist das nicht genug, dass ich zu dir sage, ich kann das, was du für mich empfindest, nicht erwidern? Ich glaube, Sharon will es einfach vielleicht nicht hören, weil sie diesen kleinen Hoffnungsschimmer vielleicht noch hatte und an dem so festhalten wollte. Jaja, und jetzt sitzt er da und kann halt so uns zeigen, hey, schau mal bitte. Sie steht richtig da auf mich, weil ich brauche mal einen krassen Manker. Und so, nee. Du hast dazu dein Teil beigetragen. Du hast ein Hintertürchen offen gelassen. Und du hast es bewusst gemacht. Also verarsch uns bitte alle nicht. Wir haben dich durchschaut. Ist das nicht? Warum kannst du nicht einfach ganz normal herkommen zu mir und normal mit mir reden und sagen, nein, ist nicht. Hab ich nicht. Sag doch einfach nein. Entweder. Guck mal an dieser ekelhafte Blick. Wirklich. Jetzt ist sie die Verrückte, ne? Also hab ich nicht. Ich versuch doch wirklich dich von mir fernzuhalten und sage es dir ja in zehn verschiedenen Sprachen. Aber irgendwie willst du es nicht verstehen. Ich bin besonders begehrenswert, ja? Also ich verstehe, dass du aufhörst zu atmen, wenn du daran denkst, dass du mich nicht haben kannst und dass du es einfach nicht verstehen willst. Für mich ist es halt so, du hast mich komplett blamiert. Ich hab mich noch nie so krass wie ein Depp gefühlt. Noch nie. Ja, also ja. Es war aber nötig. Tut mir leid. Ich brauchte das. Weil ich bin ein Loser, der jeden Tag einfach nur im Gym chillt. Guck mich an. Ich bin ein Witz. Und ich brauchte dich, um mich ein bisschen aufzuwerten. Dankeschön. Also vielleicht, wenn du willst. Ich weiß... Ich werd mich auf jeden Fall nicht mehr hier entschuldigen. Das wollte ich grad sagen. Er ist so frech. Er ist so ein rotzfrecher Mensch. Jetzt will er sie auch noch fragen oder sagen. So, ja, Schatz. Wollte ich grad fragen, ob du dich bei Alesta entschuldigen kannst. For what? Für was? You have to be in a good mood. Otherwise, it can be translated to the Tamil. Hast du's verstanden? So, it's very important to always serve the Tamil. Being happy. Being in harmony. Okay. Okay, da müssen wir jetzt leider gehen. Weil gute Laune atmet jetzt vor langer, langer Zeit. Ja. Also erzähl. Was geht's mit Elli? Mit Elli ist alles gut. Mhm. Du funkst noch mal so ein bisschen dazwischen. Ja, weil von dir nichts kommt. Also, wenn du das nicht willst, ja, ist okay. Dann kannst du das ja sagen. Aber deine Pippe sagen halt auch was anderes. Es kostet schon Kraft, dir zu widerstehen, ja. Ich find auch mal diese Schwertgeräusche so geil für so ein Mini-Messer. Ähm, ja, okay. Das wollte sie halt hören. Ja, es kostet Kraft, aber ich kann sie anwenden. Genau. Ähm, ja. Aber es ist ehrlich, ne? Dann mach ich halt einfach so weiter, bis du nicht mehr kannst. Aber will man das? Will man in dieser Position sein? Also, er lernt jemand anderen kennen und will dir widerstehen, weil er will weiterziehen. Und du bist so, egal, okay, ich mach die ganze Zeit weiter dann, okay. Ich schwöre, ich verspreche es dir. Ich schwöre einfach nicht auf. Ich werde so lange weitermachen und mein Universum wird sich um dich drehen, weil ich will dich wieder bekommen. Das ist so voll unterwürfig. Naja, du guckst dich halt an, wie du mich damals angeguckt hast. Ich lass ihn nicht so schnell, sagen wir mal, an mein Herzen ran, so wie vielleicht dich damals. Oh Gott, Leute, solche Unterhaltung, ne? Oh mein Gott. Was diese Menschen sich alle antun, einfach nur um Fame zu haben. Und stell dich mal bitte vor, ihr sitzt da, also ihr seid da in so einem richtig tollen Ort und macht so einen Cocktail-Kochkurs mit eurem Ex. Und der erzählt euch dann erstmal so, ja, also, das ist mit ihr lange nicht so schön wie mit dir, es war mit dir alles tausendmal schöner. Ich war direkt wieder verfallen. Also, wie kann man da auch stark bleiben? Vergeben wir uns? Ja, vergeben wir uns. Für die Sachen? Ja? Ja. Was hat sie denn getan? Er hat sie betrogen, ne? Und er sagt, vergeben wir uns. Richtig schlau gemacht. Voll gut gemacht, ja. Ein Locken, was gebe ich dir. Ein. Das darfst du aber nicht. Du darfst das nicht. Das wird Ärger geben. We love it. Freundschaftskuss? Ja, nach diesem Gespräch jetzt noch zu sagen, Freundschaftskuss und das so wannabe zu tarnen. Ich bitte dich. Ja. Aber erstmal ist das nur ein Freundschaftskuss. Erstmal. Genau. Und wo erinnerst du dich, wie sich ihre Lippen anfühlen, also wenn sie wo drauf stoßen? Lassen wir das einfach unter uns, dass wir uns geküsst haben? Oh, Digga. Er hat ja einen kurzen Knutscher, also einen Kuss auf... Oh mein Gott. Jetzt wird daraus natürlich so eine Riesengeschichte gemacht. Ja? Aber wir haben es für uns behalten, dass wir so doll rumgeleckt haben. Ähm... Ich werde Elli von dem Kuss erzählen. In dem Moment hat sich das einfach so angefühlt. Das sind auch so Profis, ne? Das sind auch so richtig Profis. Wirklich. Ja, ich habe ja gesagt, eigentlich will ich kein liebes Comeback jetzt nach dem Date. Boah, ich weiß nicht. Ich muss, glaube ich, erstmal in die Villa zurück, um zu schauen, wie er dann zu mir ist. Ich glaube, du musst erstmal erwachsen werden. Und dann könnt ihr weiter gucken. Ich weiß halt, wie es war mit Alessandra und wie es ist, gerade mit Janine. Und dieser Unterschied so zum letzten Format, wo dieses Feuer am Anfang direkt war. Ich würde es mit ihr heute mal probieren, so mit Janine auf jeden Fall. Ja, gibt der Sache auf jeden Fall eine Chance. Genau, das will ich auch so. Musst du. Digga, das ist so eklig. Habe ich euch doch gesagt, er weiß ja, wie es war, das Feuer war nicht da. Er hatte nie Bock auf Janine. Deswegen rate ich ja Janine auch seit dem ersten Atemzug hier, dass sie sich bitte fernhalten soll von ihm. Ja, da gibt es kein Comeback mit den beiden oder keine Chance. Wenn er dich damals nicht wollte und seit dem letzten Format nicht wollte, will er dich jetzt auch nicht. Sad, but true. Okay. Und guck mal, er redet so, als wenn sie so ein Stuhl wäre oder so. Ich habe gar keinen Bock auf die. Es ist eher freundschaftlich. Da ist auch kein Knistern und gar nichts. Aber ich probiere sie heute mal irgendwie aus. Mal gucken. Mal gucken, als wenn sie so ein emotionsloses Stück wäre, mit dem man es ja mal machen kann. Ich will einfach wissen, ob da irgendwas ist oder nicht mehr. Guck, er hat Bock auf Alessa. Wieder. Wieder. Ein Déjà-vu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit Joshua, meiner Meinung nach, nur meine Meinung ist, so echt ist, wie es mit mir jemals war. Ja, aber du bist ja auch irgendwie ein Witz. Weil du unterstellst ihr ja, sie würde nur dem blauen Haken hinterherlaufen. Sie sei total auf Fame aus. Und das ist ja eigentlich ein Mensch, auf den man keinen Bock haben sollte, oder? Und du bist direkt schon so, ja, weil du sie nicht haben kannst, hast du sie wieder ausgepickt und bist wieder voll scharf aufs Ding. Ich glaube, Alessa findet ihn jetzt nicht schlecht, aber wäre jetzt nicht so die erste Wahl sonst. Ich glaube, sowas hat er auch erzählt bei Love Island. Da muss er sich die Konkurrenz immer so kleinreden, damit er sich gut fühlt. Was erwartet mich jetzt? Aber sie ist ja direkt schon so, sie zieht das auch irgendwo an. Sie wirkt ja schon so, als wüsste sie das, die sie betrogen hätten. Sei doch erst mal so offen, so eine offene Art, weißt du? Ne, sie ist direkt schon so... Aber ich habe halt jetzt wieder diese Bestätigung, dass es irgendwie einfach noch nicht gegessen ist. Genau. Wenn du das Ellie erklärst, lach nicht bitte dabei, Digga. Ich lache nicht dabei. Nein, ich erzähle dir das. Digga, also wenn Joshua dir Beziehungstipps geben muss, ne? Da weißt du auch Bescheid, in welchem Stadium in deinem Leben du bist. Und nur das Positive, Liebe, Glück, aber an erster Stelle Liebe. Also sie meinte Amut, Love, 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 weil sonst hast du hier... Hast du Unglück oder Pech? Wie sie ihn anguckt, sie ist so... Sie bald schon... Also sie macht schon so ihre... Ihre Faust fertig, ne? Um ihm gar nicht richtig eine reinzuhauen. Es war nicht so, dass ich sie gepackt habe und dass es von mir kam... Das gehörte einfach so zum... Ne, kam gar nicht von ihm. Kam überhaupt nicht von ihm. Ne. Und da kann... Da zeigt er halt auch einfach wieder, wie es mit ihm und der Ehrlichkeit ausschaut, ja? Ich sage, bist du sauer? Nein? Nein. Das kam mir gerade so ehrlich rüber. Er ist einfach eine richtige... Also richtig gefährliches Kalibar. Ich sag euch das. Der lügt, ohne rot zu werden. Und der verarscht die Leute einfach von vorne bis hinten. Also es hat dich keiner darum gebeten, ihren Kuss zu geben. Du hast es in Eigenregie gemacht, eigene Initiative. Und das dann jetzt so zu verpacken, ja. Also es war am Ende nur ein Bussi, aber dann sag doch einfach ehrlich, dass es so war. Er versteckt sich wie so ein Kind hinter irgendeiner Regel. Nein, ihr musstet euch nicht küssen. Es hat keiner gesagt, gib dir einen Kuss auf den Mund. Einfach dazu stehen. Ja, er meinte zu mir, dass es zu diesem Ritual gehört, dass man sich halt... ...hört. Was sag ich jetzt? Ne, so ganz so war das jetzt nicht. Soll ich ihr das jetzt sagen oder nicht? Ist das taktisch klug, sie das jetzt wissen zu lassen oder nicht? Eigentlich schon, damit die sich streiten. Das Wort, dass man sich danach küssen muss, ist nicht gefallen. Weißt du? Tatsächlich habe ich der Steffi definitiv gerade mehr geglaubt als dem Chris. Ja, aber dann geh doch jetzt. So, jetzt kannst du doch deine Würde einpacken und gehen. Aber sie, so wie ich sie mir jetzt vorstelle, sie hat sich ja festgebissen. Sie hat sich ja wirklich an seiner Wade festgebissen und bleibt. Sie wird nicht gehen. Kann ja nicht sein, dass deine Ex-Freundin ehrlicher zu mir ist als der Chris, oder? Für mich in Liebe gehört das dazu. Oh Gott. So ein unnötiger Mensch. Also wirklich so... Boah, ich frage mich da immer, wie man sich da nicht schämt, ne? Nein, haben die nicht. Haben die nicht. Jetzt auf einmal sagt er ja, es gehört da für mich damit dazu. Ja, aber wieso hast du es nicht gleich so gesagt? Du hättest gleich sagen können, du, das Thema war irgendwie gute Emotionen, bla, und für mich gehört ein Kuss dazu. Aber du hast ja am Anfang ganz klar gesagt, es gehörte zum Ritual dazu. Du hast nicht gesagt, für mich gehörte es zum Ritual dazu. Sondern du hast gesagt, es gehörte zum Ritual dazu. You know what I mean? Warum verarschst du sie denn so? Nein, du bist fake. Du bist fake. Und ja, sie übertreibt da wieder ein bisschen... Ne, sie übertreibt da leider nicht ein bisschen. Und das Einzige, was ich ihr wünschen kann, ist, dass sie jetzt wirklich Abstand von ihnen nimmt. Weil du bist fake. Alina und Nadja. Alessa und Janine. Noch heute wird sich die Villa von einem Doppelpack verabschieden. Also ich hätte die entspannendste Zeit tatsächlich, wenn meine zwei Ex-Freundinnen rausfliegen. Ehrlicherweise glaube ich auch, dass seine Ex-Freundinnen rausfliegen. Was ich sehr, sehr unfair fände. Weil Alessa wurde ja bestimmt auch teuer eingekauft. Die wird bestimmt nicht gehen gelassen. Die liefert ja auch voll ab. Ne? Also die sorgt ja voll für die Sendezeit und so. Die weiß schon, was sie tut. Und die anderen beiden Mädels hatten halt so ihren Auftritt des Einzugs. Und jetzt haben sie ihr Hoch quasi erreicht und müssen halt wieder gehen. Es wird nichts passieren mit Sharon schon gar nicht. Ja, Nummer eins ist Alessa. Ich bin nicht jemand, der zu Option A rennt, sondern zu Option B rennt. Doch, bist du. Glück uns nicht an. Du bist lost. Mein Name ist Aline. Ich bin 32 Jahre alt. Wie geht's dir? Wie heißt du? Aline. Ein bekanntes Gesicht für mich, Aline. Bruder, viel Spaß, du hast ein riesen Problem an den Freund. Warum? Weil das ist ja nur dein Type. Das ist getunt, Bruder. Oh, ist das ekelhaft. Das ist genau dein Type, weil die ist getunt. Und das ist jetzt richtig so ein Type, ne? Das ist so das Beuteschema von einigen. Getunte Frauen. Oh mein Gott, das ist so eklig. Scheiße. Ich kenne ihren Ex. Wer ist der Ex? Wer ist der Ex? Der ist nicht bekannt. Der ist nicht bekannt. Also ich war ein paar Mal mit dem Feiern, weil der in meinem Freundeskreis drin ist. Vor allem auch so, das ist jemand, der in deinem Freundeskreis drin ist. Also ist das dein Kumpel oder was? Und dann schreibst du aber mit der auf Insta. Okay. Ja. Genau, weil sie wurde jetzt reingeschickt irgendwie für Joshua. Alles klar. Bleibt ja auch schon wieder so viel aus über Joshua. Jetzt halt die Frage, machst du denn, wie ernst ich hier mit Alessa weiter? Oder machst du jetzt die Frage? Die sollen mich aufs Date mit erschicken. Sonst habe ich hier keine Ruhe. Sonst kann ich mich in Ruhe mit der Ruhe. Du bist aber auch gar nicht so einer, der von links auf rechts springt, ne? Meinte er ja gerade, ne? Oh Gott, das ist wie so ein... Also einfach ein Kind gefangen in so einem großen... ...breiten Körper, ne? Und du wohnst in Berlin, ne? Ja, nach Potsdam. Nein, das ist in Berlin. Ich verstehe mich mit ihm auch mega gut. Aber wie wäre es sonst so? Also wenn du jetzt hier so guckst, dein Typ oder so? Boah, er macht immer so... Wie meinst du, wer wäre denn jetzt hier so ein Typ so? Vor allem so, ja, Potsdam, ja, liebe ich. Ja, okay. Oh, wir haben derbe, die diepe Connection aus der Farbe. Ja, okay, okay. Wer wäre es so dein Typ? Er macht immer die gleiche Masche, ne? Immer, wer ist alles so ein Typ so? Ja, ich auch. Okay, gut, danke. Ja, passt. Gefällt mir, okay. Das ist so... Irgendwie... Wie soll ich das sagen? Wie so... Ich kann das euch gar nicht erklären. Es ist so so oberflächliche Kacke, die sich so anfühlt wie bei so einem Roboter oder so. So ferngesteuert. Also ganz ehrlich, wenn dann... Wenn du? Also... Wenn dann schon du? Und er so, oh. Also deswegen habe ich gar nicht gefragt. Aber oh krass, meinst du mich? Nimm mal den Helm ab. Ich bin Paddy, bin 24 Jahre alt, bekannt als Magic Paddy. Jedes Mal bin ich zweigleisig gefahren und dann habe ich es mir am Ende verkackt mit den Frauen. Also er ist der sympathischste Bindungsgestörte, den ich jemals gesehen habe. Er war noch nie verliebt, fährt immer zweigleisig, verscherzt sich mit jeder Frau. Und er ist einfach auch Todeslost, aber ich finde ihn irgendwie sympathisch. Ich kann es nicht. Er hat so ein... Ja... So ein süßes Auftreten irgendwie. Hier bei Ex on the Beach nehme ich mir vor, eine Frau auch kennenzulernen, mich zu öffnen. Genau. Ja. Ja, das glaube ich auch. Genau. Mit mir kann man viel Spaß haben. Er ist so einer, mit dem kann man wirklich Spaß haben. Man darf wirklich nur nichts verlangen. Nichts erwarten, keine Bindung, keine Zuverlässigkeit, keine Loyalität, keine Emotionen, nichts. Einfach nur den Spaß. Und sie haben gerade so ein bisschen auf seinen Schritt geleuchtet, als er mit der Maske am Strand entlang gegangen ist. Und da hing schon ordentlich was runter. Kommt ja nicht für alle auf die Größe an, aber für diejenigen, für die es das tut, ist er auf jeden Fall wahrscheinlich auch jemand vielversprechendes, wo man halt auch wirklich mal richtig Spaß haben kann. Ich will einfach mit dir auf Date. Ich will nicht, dass alle mich beobachten. Weil meine zwei Hexten beobachten mich, weil Alessa beobachtet mich, weil ich ja gerade mit ihr was am Laufen habe. Hauptsächlich Sharon und Alessa, die beobachten mich schon ein bisschen, gucken, sowas macht der. Und haben immer so ein Auge auf mich, so immer. Die reden zwar mit anderen, aber immer so ein Auge ist so auf mich gerichtet. Kannst du gar nicht verstehen, ne? Oh Leute, kann man ihm dann nicht mal helfen? Wirklich. Einmal irgendwie so Sammelspendenkonto einrichten, damit ihm mal geholfen wird. Oh Mann. Ich habe diese Frau gestern kennengelernt. Die kam gestern rein und wir haben uns geküsst. Punkt. Mehr nicht. Ja. So sieht es aus. Ich bin mit jemandem, wir haben uns geküsst. Ja, ihr habt miteinander gebumst wahrscheinlich. Excuse me. Tony dreht sich. So süß aus. Mein Schatz. Oh mein Baby. Okay. Ich lerne diese Frau gerade kennen. Ja. Und ich sage, dass ich dich besser finde. Boah. Das ist so, für mich ist das so ein menschlicher Untergrund. Wirklich. Ich bin grundsätzlich ein eifersüchtiger Mensch. Ja, ich bin einmal in einem scheiß Raum gehalten. Also er ist aber jetzt auch nicht, er hier ist jetzt auch nicht der Richtige, mit dem du darüber reden solltest, ne? Als wenn der nett jetzt zu dir wäre. Du bist aber auch so eine komische, du brauchst einmal mit einem in einem Raum zu sein und dann bist du das schon auf 180. Dann kannst du ja auch lieber mit der Wand reden, als mit Fabian. Denkst du, ich lasse jeden Mal? Der hat doch keinen Sex oder so. Aber wir waren in der Badewanne, ich hatte meinen Dessous an, gerieben, geknumpft. Die roten wie der Lounge? Nein, nicht der roten. Ich war jetzt durchsichtig. Oh Gott, ich sitze so durch. Oh Mann, dann erzählt sie ihm das. So gerieben. Er sah diese Unterwäsche, ne nicht die in der andere, aber ich habe ihn nicht wund gerieben an ihm. Und so. Ich renne dir nicht hinterher, wenn du sie willst. Du musst dich hinterher rennen. Nein, Alessandra, du musst dich hinterher rennen. Fabi, ich zeig's, wenn ich von dir sehe, dass da was kommt. Aber ich mach's nicht blind. Alles so ne, also wirklich so ne Opfer, ne? Jeder benutzt den anderen irgendwie so als Ventil, als Ego-Push, als Backup, als Leute, die Menschen, die Menschheit ist total widerlich geworden. Keiner meint es irgendwie mehr ernst. Alle haben irgendwelche Selbstwertprobleme, die sie wirklich kompensieren über die Benutzung anderer Menschen. Ist euch das mal aufgefallen? Kannst du ihn mal richtig küssen, also nerv ich mich nicht, Alter. Nicht mal das. Ich bin richtig sauer. Komisch, aber er kann auch nicht mal richtig küssen. Verstehst du? Woran hältst du da fest? Lass ihn gehen. Wenn er noch nicht mal das kann, was kann er dann? Was hat er dir für Anzeichen gegeben? Ist er offen? Will er dich kennenlernen? Will er dich? Also die Ladies werden wirklich schlauer von Format zu Format. Sie holt sich halt direkt einmal erstmal die Infos von der Frau selbst, ja? Um zu wissen, wie Jo so wirklich tickt. Aber wenn sie reinkommen würde, was würdest du machen? Comeback? Ja oder nein? Dieses Ding ist halt, guck mal, ich sag ehrlich, hier gibt es ein paar Stück, die sind auch. Also bisher, wo ich so kennengelernt, ihr seid alle cool. Aber auch das, also da muss man eigentlich auch schon aufstehen und rennen, ne? Paar Stück. Paar Stück. Er meint Frauen. Er meint Menschen. Hier sind noch Paar Stück, die finde ich schon ziemlich geil. Lauf. Brigitte, nimm deine Füße in die Hand, deine French Nail, Füße und lauf. Und du warst die, die gesagt hat, du kannst mit jeder hier drum rummachen, du kannst mit jeder quatsch, das ist mir egal, schlafen, sonst was. Aber hast gesagt, nur nicht mit Alessa. Ich hab mit Alessa bis jetzt nicht rumgemacht. Nicht rumgemacht, aber was du ihr sagst und was du ihr für Blicke rüberwirfst. Oh, diese Blicke, das hat nichts immer mit Flirten zu tun. Aber du flirtest doch mit ihr. Du hast doch gerade heute am Pool gesagt, dass du Janine nicht geil findest, aber dass zwischen dir und Alessa diese Blicke sind. Und jetzt sieht sie das richtig und spricht dich drauf an und du lügst sie wieder an. Oh man, diese Männer sind doch alle einfach nur eine Katastrophe, Leute. Ich will nicht in diesem Zeitalter leben. Was sind das für Menschen? Und das ist in der Datingszene, ist das so. Die meisten sind wirklich so eine losten Menschen wie diese Jungs hier. Unaufrichtig und einfach nur... Der Punkt ist, was ich eigentlich sagen wollte. So, ich hab mit ihr schon geschrieben mit Aline. Sie ist auch mein Typ. Das heißt, ich find sie gut und würde auch gerne mit ihr reden, kennenlernen und gucken einfach. Das ist ja schon mal ehrlich. Wow. Er macht Fortschritte. Oh mein Gott. Das ist ja noch nicht, dass du jetzt sagst, wir lernen uns jetzt gerade komplett ernst kennen, oder? War meiner Seite schon so. Ja. Also, ach so. Weil du deine Muschi so viel gerieben hast an meinem Johannes. Oh, du wolltest mehr. Weil wir so gut verstanden haben und so viel geküsst haben. Und das so auf Ernst. Er so, nee, nee, sorry. Aber dann darfst du auch nicht eifersüchtig werden, wenn dich jemand kennenlernen. Weiß ich, absolut. Wir werden sehen, ob es ihn stören wird oder nicht, weil er ist genauso eifersüchtig wie ich. Siehst du direkt schon so, okay, Protest zu halten. Ich zeig ihm schon, wie sich das anfühlt. Und dann krieg ich sie wieder zurück. Ja, es ist schön. So will ich einen Mann für mich gewinnen durch Eifersucht. Genau. Nicht, weil er aus freien Stücken eh gewollt hätte. Ja, gut. Okay. Oh Mann, Leute. Mir zeigt diese Show einfach nochmal richtig doll, wie verkorkst die Menschen sind. Meine Generation und die da drunter. Oh Gott, das wird nicht mehr besser, glaube ich erst mal. Was stand hier nochmal drauf? Guck in die Weite. Ja. Bis morgen. Amin. Amin.